fc augsburg in den 1. fc köln und damit zurück bei der fußball bundesliga in fifa 15 31 spieltag die entscheidenden spielteile saison mehr als ich dem ende genommen ja aber ganz gewaltig mit riesengroßen schritten lehrt sich die saison und auch vieler 15 dem ende wurde sagen oh ja die verfügt sind auch das haben wir glaube ich in den letzten verfolgen folgen angekündigt ja momentan ist aber 16 thema schon groß ja aber da wir wollen uns nicht beschäftigen weil theoretisch ist es noch möglich meister zu werden rein rechnerisch ja und aus der quali schämt sich raus zu fliegen du meinst aus der in die quali schämt sich rein also du meinst zu fallen in die kollektion in die euro die graustheorie auch also ja wir wollen mindestens dritter werden sagen wir das sagen wir so obwohl wir doch gerne vor schlacke sein ich würde auch gerne eigentlich vierter weil hätten wir mehr internationalen spielen hier gibt das mehr geld nein glaube ich nicht aber also spaß ja nee dann weiß ich lasst uns doch jetzt noch mal verlieren dann noch mal verlieren da ist dort und dran vorbei und dann nicht mehr verlieren sonst spielen wir uns in japan das ist guter plan ja aber plan so machen wir es noch nicht anders die idee die problem in der start elf okay wir machen problem selbst beheben ja auch nicht oder was der problem hat hat jetzt erst eine rote karte oder lehmann ja oder war auch gar nicht mehr ach gestern haben wir schon raus getan so der zivkowitsch kann wieder jetzt wieder richtig fit also und die japaner ist immer noch verletzten wir tun sein aber guckt dass er nicht schreit oder der bord ist rechtsfuß für finden oder osako ich würde sagen finden obwohl der ob das gut draufkommt gibt ja mal eine chance nehmen wir sagt man oder sagt wenn du die spitzen für ajo hektur hektur in der auszeit ja und dafür bin mal der ist bisschen schneller ich kann auch svento da links hier komm das ist das machen wir so dass man machen wir so verloren gegen leverkusen unentschieden gegen leverkusen also pokal war ja leider aber ich möchte gerne die bayern und dort und dort und dort bayern und schalke und bayern oder darüber und wir können natürlich punkt lieben dass in leverkusen das wäre natürlich stark das wäre natürlich stark wir spielen nicht mehr gegen bayern aber dann müssen wir jetzt unseren plan immer hoffen werfen und gewinnen wir machen auch plan über hoffen wochen hier mit jawohl überhaupt ich bin das gar nicht also doch bin ich war nämlich die historische mal sehen hat mich immer an hier das sommermärchen wo sie vorher ansagen müssen ein rowski gegen hildebrand und hildebrand hört das und stellt sich schon in die linke ecke also von sich aus und dann sind alle rechtlich gehalten und hätte die trotzdem nicht aus geknallt den trotzdem hildebrand hildebrand harten harten ja was manche offen ja es ist gut hallo und er ist jetzt mal unser einziger jungen ja aber das kann man vielleicht noch mal sagen wir haben ja super jugendakademie mega geil ich bin so gespannt 1,9 millionen und wir holen jetzt fünf jugendspieler hoch ja der muss ich mir das konzentrieren tschuldigung das ist ja oh ja ok stimmt aber jetzt bin ich keine gerbe karte ich wollte in dem team bei hunger fünf jugendspieler hoch und einer hat jetzt so ein markt ist und 1,9 ja und das hat das anbietet ich habe das höchste was man sieht also was ich besitze wirklich und so die über 15 erstmals meister werden ja oder international oder nächster jemand ja wohl feindste treffte aber er war zu weit so gedacht der war ich bin schon weg 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 Aiump schade ich habe mir hoch ja das gibt es ja nicht ich hatte den im Waldor ich habe den im Waldor ich habe den im Waldor ich habe den im Waldor wir haben auch egal ich habe dich Das sehe ich von vorne nicht zu weg nach dem kopf gegen leverkusen also persönlich sehr ganz netter ich bin schon in der bahn gekommen ist das der schwul aber nicht auch ja es ist doch gar nicht jeder kontakt ist hier aber keine karte nene das nicht sehr schön sauber maro ab geht die post Das ist ein Konter! Rot! Und nicht mal ein Foul! Ich dachte schon. Ja, da kann aber keine rote Karte geben. Ne, weil Vorteil gibt es nicht bei der roten Karte. Das war doch 100%... Der unten hätte gar keine Scheiße mehr gehabt. Ich würde gerne die Obersicht nochmal sehen. Hä? Taktische Freistöße. Ja, mach mal. Warum kommt das? Vielleicht, weil wir noch nie einen Freistoß hatten. Das kann sein, mach mal. Kann der Mauerspieler hinzufügen oder was? Ja, ich hole ihn jetzt da rein da oben. Oh, das darf zumindest sein. Nein. Das wird zufrieden. Du musst eigentlich nach vorne oder hinten drücken geschnitten. Für was? Du musst eigentlich nach vorne oder hinten drücken geschnitten. Für was? Also nach vorne. Um den ins Tor zu schießen. Dann nach vorne, damit er sich nach vorne dreht. Ja. Aber war riesen Nimmigkeit. Ja, also, dass er da keine roten Karte gegeben hat, habe ich mich ein bisschen verschwindet. Ja, aber er geht. Aber dafür haben wir ja Jugendspieler. Boah, mega geil. Ah, da bin ich verkehrt gelaufen. Mach jetzt. Ich spiele über die Bubba-Seite. Ja, der hat sich weg. Ja. Eigentlich ist rot. Ja. Oh Mann, das ist gut und gut, ey. Und keinen richtigen Druck aufbauen können. Nein, das ist jetzt nicht. Oh, verhungert Lehmann. Sehr schön. Geh mir her. Schön. Kommt hier hin? Der kommt an. Ah, das ist nicht weg. Echt? Es geht weg. Echt? 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 Ja. Was soll das denn? Was macht der denn hier? Aber was ist denn da passiert? Die haben gar nichts gemacht. Die haben nur geschossen. Was ist das für komischer Schutzweg? Ich weiß es auch nicht. Ja. Nehmen wir ihn auf. Sicher. Nehmen wir ihn auf. Sicher. Das ist gewusst. Das ist der Programm spielerwechsel. Ja. 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 Na ja. Das ist der Finne. Das ist der Finne. Oh. Schön. Das ist der Spiel. Weltsschnellster Spiel. Genau das. Schön abgesetzt direkt. Oh nein. Boah. Geiler Pass. Mega Pass. Nein. Das gibt's doch nicht vor. Na Juhu. Das gibt's doch nicht vor. Na Juhu. Das ist der Wüft von eben. Unser Vorbereitungsspieler. Ja. Da war es wenigstens. Das ist er endlich wussten. Oh. Kommt nicht an. Aber wir haben nur noch mal Roh die Grätsche. Sehr schön. Dominik Maroh die Grätsche. oder Dominik die Grätsche Maroh. Beides noch machen. Ich bin ja ganz anderer Seite. Oh Boris. Alle sind frei. 12 Meter. Mann. Weißt du. Das war ich auf einmal. Ja. Weil ich das war auf einmal. Frank immer noch auf sich. Nein. Wir haben nicht schon den 31. Spieltag. Das stimmt. Frank immer auf sich. Ich hatte aber auf Zischkowitz gewechselt vorher. Genau. Deswegen war der frei. Und deswegen hab ich das nicht gesehen. Nee. Aber das war auch 11. Viel war dann nicht rot. Oder ist schon wieder keine Karte. Ja. Scheint mal wieder. Ist das der Bisschen nicht? Nee. Tiedemanns war der Bester. Ich geb es bis zu 70. Okay. Dann fang ich mal rein. Tiedemanns. Mit Gefühl diesmal. Ja. Der Ditt war die. Ich hab noch keine Gifelbis gesehen. Nee. Stimmt. Oder ist es uns nicht aufgefallen? Das kann auch wie auch sein. Boah. Ich hab noch keine Gifelbis gesehen. Stimmt. Boah. Boah. Ich hab noch keine Gifelbis gesehen. Ich hab noch keine Gifelbis gesehen. Wunderbar. 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 Wir bleiben nur stehen die Kipper. So häufig bleibt keiner in der Realität stehen. Ja das stimmt. Jawoll. Da geht die Post. Bin ja. Oh. Schade. Mann ey. Mann der war ganz kurz vor. Ganz. Oh Mann. Risse ist da. Ich bin Risse. Gut Druck gemacht. Das erste was wir vom Risse gesehen haben heute. Ich muss Tilemanns hat rechts. Oh. Schön. Das Ding. Das muss man jetzt auch machen, dass du nicht einfach schießt und dein Geld rot fährst. Oh geil gespielt. Oh. Der Tilemanns. Ist nicht so raus der beste Spieler. Oh schade. Gut gespielt. Schöner passt. Aber wir machen da vorne die Pässe in die Lücke. Wir waren schon viele dabei jetzt in dem Spiel. Weil sie geklappt haben. Also das funktioniert. Ist auch in dieser Saison noch nicht geschrieben. Ne. Ich weiß auch nicht warum. Weil die nicht geklappt haben. Ja genau. Deswegen. Eigentlich ne. Einer mit dem Ball und der andere der unentschieden. Und Schalke unentschieden. Dort. Dort. Das ist wichtig. Ich glaube dahinter waren die Wolfsburger. Ne. Die waren glaube ich 8 Punkte dahinter. Geld. So ein Quatsch. Die hätte schon 2 Rote Karten. Ne. Oder was? Wie läuft auch so. Hätte man 2 Rote Karten zu tun müssen. Der Risse geht. Der Risse geht. Kommt der? Nein! Habe ich auch gedacht. Die Tilemann. Oben ist der. Um die. Da muss ich nicht. Da muss ich doch auch Lomas liegen. Ja. Ich möchte ja. Ja. ja da ist er durch 7-0 Schüsse, wir dominieren, alles gut ja, aber jetzt zum zweites Ding, ja, das zweite nachlegen ja Hätte ich ablegen? Mit Ankündigung mit Ankündigung aber ja, der Passwort wurde eröffnet schönorter Schöne Risse eigentlich hab ich gedacht, er schließt den an aber nee, ablegen war schwer. Sie waren überall noch andere Leute und deswegen sich Zeitpunkt zum Ablegen war vorbei richtigen nicht in dieser phase ist der saison sie sind auch gerne wenn die saison und das von drei stück also drei die habe dafür hat ach so ist das ist auch viel mehr und der einheit spiegel antizipiert ich gehe mit dabei jetzt komme ich also jetzt Aju Ja Ja So aber geil gemacht, schön den ausgetrickst Ich mag den Aju Und wie viel ist das denn? Sehen wir jetzt glaube ich Braucht gemacht Schön, und dann wurde zumindest noch mal eingezogen weil sonst wäre der Winkel noch nicht zu spitz geworden Eiskalt Sehr schön Und 5 Wo führt der? Weil wir den Verkauft haben Ja, und sie sind jetzt vor uns Dumm Ja, für die sogar Debakel. Oh, ich glaube letztes Session fängt genauso an dem riesengeilen Sie und danach nur um Unentscheidene Niederlage Oh Kommt an, kommt an, kommt an Oh Schade Wechsel? Wechsel Osako würde ich sagen Für Sefkovic erstmal Sefkovic, weil der ist ja angeschlagen Nagazaba Vielleicht Für wen? Ayub ist mehr im Arsch als Finne Ja, also die beiden eigentlich Ja Weil der Lehmann kann auch noch ein bisschen mehr Dann tun die Ayub nach vorne Und den Finne vielleicht raus dem Nagazaba Ich weiß Ja, Ayub kann aber auch nicht mehr Wen haben wir denn noch? Der Matoschik Sonst kann er sich auspumpen Jetzt ist der Ayub Okay Dann können wir auch einen hier Telemann Standing Ovation Ja, Matoschik, ne? Darf der Matoschik nochmal Oder Hector auch Ne, ich wusste auch Ja, ne? Passt schon 3-0 Verdammt! Sauber, ey, ich bring ihn rein, oder? Ja Oder willst du rankommen? Oder hier oben Ah, schon abgedrückt Da oben hinschießen Ayub Boah Der war gar nicht so verkehrt Ey, ich glaub nicht Ich hab eine neue Taktik bei Ecken gefunden Ganz echt Kurz Und dann, äh Nein Nee Ich mach, ich will auch lieber die kurzen Kurz Und dann kommt da einer rein, genau Und tippt ein Dreieck Also steil passt Ich denke schon Ich mach mir gerne Ich mach mir gerne selber Ecken Ja, war's noch nie Doch, doch, bei den Kühen davon Na ja Also zwei Stück Einmal Also zwei geile, ja Ja, mega, ja Muss ich dir mal zeigen nächster, weil die Verdichtungen Starker müssen Lang rechts Okay, liegen rechts Oh, steck Was hast du denn gemacht? Ich geschossen und dann hat der einmal seinen Mitspieler angeschossen Ja geil! Super! Absage! Aber... War peinlich! War peinlich! Sehr schön! Oh ja! Nein! Kicken zu weit, schade! Oh, die Seite dann zu gut gehen! Ja, das war so klar! Ja, ich hab lange nicht mehr getritten! Ja echt! Oh, schade! Oh, schade! Ja! Ich dachte, du hast dann schon immer schön auf dir bekommen! Geh runter! Nein, ich hab ihn! Die sind schön rausgegangen! Ich krieg dir trotzdem noch die Flanken! Krass! Ey, der Daniel aber da! Ich glaub auch! Ey, ultra rausgefliegt! Stimm rechts bei dir? Ich mach mal noch! Okay, mach mal noch! Der ist aber ganz viel kurz! Länger kann der ja mehr nehmen! Ah! Ah! Hier hab ich schon wieder Peschi! Schade! Schade! Oh, nono, nein! Ja, hat er weggepuckt! Da hat er weggepuckt! Ja, hat er weggepuckt! Oh, ne? Ja, der hat er weggepuckt! Bei mir was? Ne, der... Riesenliga! Irgendmal auch auch langen, aber da hat er einen Kopfweck schlagen irgendwo! Ähm! Aber der Keter steht jetzt noch einmal alleine! ja fast und oben war der andere weiß das ist echt ein witz aber ich gehe ich konnte es trotzdem nicht aufhalten nachdem er aufhört gehört hat alles zu pfeifen Oh, Abseits, ne, hab ich sicher. No, verdammt! Kacke! Wir haben beide Abseits. Dann nochmal gucken. Warte. Oh, nur weil der vom Arsch weggedrückt worden ist. Beide. Doch, beide. Schade. Wir waren fast auf gleicher Höhe. Schade. War aber ganz irgendwer besser gewesen. Ich glaub auch. Hat der Rosako die Lücke auch gemacht, um den Kader direkt zu holen. Oha. Echt jetzt? War das ein Schuss? Achso, okay. Ich hab nur ein angeschnittener Schuss mit R1. War geil, oder? Wie kann man die Ball durch die Beine lassen? Ähm, ich glaub R2 gedrückt hat. Wie hätt ich das dann machen sollen? Oder L2. Ah ja, stimmt. Aber trotzdem, das war... Okay, auch scheiß Schuss, der wäre mega weit vorbeigegangen. Ja, läuft, ey. Schön. Ich hoffe, das nächste Spiel wird nicht so debaten. Ne, ne, ne. Ich kann nicht mehr setzen, wir ein Programm noch an. 3 Spiele noch. 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 Das muss das Restprogramm sein. Aber wer? Was willst du zu 3 Uhr jetzt sagen? Wer war denn letzte Saison? Diele Manns 11er, Risse, Ayu. Ja, geil. Alles gut. Diele Manns 11er, Risse, Ayu, alles gut. Guckt euch die... Da, rote Karte. Ne, doch nicht. Das war mein toll. Rote Karte, Ayu. Ne. Und dann sehen wir uns wieder. Hoffentlich mit 5 Jugendspielern. Zuhause, glaube ich. Und hoffentlich an Schalke vorbei. Ja, mit 5 Jugendspielern. Das wäre super. Leute, wir sehen uns mit an. Orden. Servios��. Und dann gehen wir mit 5 Jugendspielern. Schalke vorbei. Ich freue doch noch. Ne. Schalke. Schalke vorbei. Fahr-if. Schmidt. Schalke vorbei. Schalke vorbei. Schalke. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020